hallo und herzlich willkommen auf dem VPNTiger youtube kanal in diesem video zeige ich euch wie ihr Jujutsu Kaisen auf Netflix schauen könnt ich habe den anime jetzt hier auch mal auf Netflix gesucht und ihr seht im hintergrund hier gibt es leider kein ergebnis im deutschen Netflix aber um jetzt hier Jujutsu Kaisen ich hoffe ich spreche das ganze richtig aus auch auf Netflix schauen zu können gibt es einen kleinen trick und so wisst ihr vielleicht dass nicht jedes Netflix land dieselben inhalte hat und deshalb müsst ihr unser Netflix in das land wechseln in dem es halt Jujutsu Kaisen auf Netflix schon gibt und wie man hier auf unogs.com sieht das ist eine richtig gute seite die kann ich euch auf jeden fall auch empfehlen und ist in der beschreibung verlinkt hier sieht man dass es hier 24 folgen von Jujutsu Kaisen im japanischen Netflix gibt zur verfügung und um darauf jetzt zugriff zu erlangen aufs japanische Netflix müsst ihr uns jetzt eine ip-adresse aus japan besorgen und es geht von überall aus der welt aus ganz einfach und schnell mit dem dafür beste programm und zwar ist das ExpressVPN ExpressVPN ist ein programm das ihr auf dem pc tablet handy smart tv oder sogar auf eurem router installieren könnt mit ExpressVPN könnt ihr eure jetzige ip-adresse in jede beliebige ip-adresse jedes landes wechseln das programm bietet über 3000 server in 94 ländern und von all diesen ländern könnt ihr euch ganz einfach und unkompliziert eine ip-adresse besorgen und ich kann mir hier auch mal ganz schnell im hintergrund durchklicken durch diese ganzen länder die es hier zur verfügung gibt und ExpressVPN ist das beste VPN für Netflix das hiermit möglich ist viele verschiedene Netflix bibliotheken aus anderen ländern legal zu entsperren einschließlich wie in diesem video hier das japanische Netflix ihr habt also mit ExpressVPN Zugriff auf Inhalte die in eurem Aufenthaltsland sonst nicht abrufbar werden wie hier auf Jujutsu Kaisen auf Netflix und wenn ihr Interesse habt an diesem programm könnt ihr hier ExpressVPN auch gerne über meinen link downloaden denn dann bekommt ihr noch ein sehr 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 gutes angebot wozu ich gleich auch noch kommen werde aber um jetzt auf das japanische Netflix programm zugreifen zu können suchen wir bei ExpressVPN einfach hier oben nach japan da suchen wir einfach mal nach japan drücken wir auf den pfeil hier dann wählen wir uns nun selber aus zum beispiel einfach mal tokio das ist eigentlich relativ egal welchen server ihr da nehmt dann drücken wir hier in der mitte auf verbinden und schon habe ich meine deutsche ip adresse in eine japanische ip adresse umgewandelt wir können jetzt auch mal zurück gehen auf Netflix die seid ihr oben aktualisieren und wie ihr seht hier steht jetzt einfach Jujutsu Kaisen auf Netflix zur verfügung hier steht es eine staffel wenn wir hier auf folgen und infos draufklicken dann können wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen hier seht ihr staffel 1 quasi es ist ja nie so richtig in staffeln aufgeteilt bei anime aber ihr seht hier gibt es ganz ganz viele folgen hier könnt ihr euch so so viele 24 folgen zum beispiel schon mal anschauen und wir können jetzt ja auch mal auf die erste folge direkt draufklicken damit ihr wirklich seht es funktioniert und wie ihr seht läuft die folge ganz normal natürlich muss ich es hier schnell auf stop drücken damit hier keine copyright probleme auftauchen aber ihr seht es funktioniert alles wunderbar audio und untertitel sind jetzt zwar nur in japanisch beziehungsweise die untertitel in englisch also ihr könnt euch das ganze in japanische audio und mit englischen untertiteln anschauen weil wir ja im japanischen Netflix sind deswegen gibt es natürlich keine deutschen audio optionen aber wenn ihr das ganze wirklich schauen wollt dann ist es eine richtig gute option für euch und dabei wünsche ich euch auf jeden fall viel viel spaß und das ganze funktioniert wie gesagt mit ExpressVPN ExpressVPN ist natürlich nicht kostenlos aber ein kostenloses VPN würde für diese zwecke nicht funktionieren da es nicht genug bandbreite hat um Netflix richtig zu entsperren deshalb empfehle ich euch die benutzung von ExpressVPN weil über meinen link in der beschreibung gibt es euch noch ein richtig richtig gutes angebot und zuerst mal eine 30 tage geld zurück garantie und dann noch unglaubliche 49 prozent rabatt auf das programm plus drei monate kostenlos wenn ihr euch das ein jahresabo holt und zur 30 tage geld zurück garantie ein kleiner trick von mir ihr holt euch einfach ExpressVPN schaut euch zum beispiel alle staffeln eures lieblings animes die es halt im deutschen Netflix nicht gibt an und holt euch dann das geld ganz einfach innerhalb eines monats wieder zurück und damit könnt ihr dann die folgenden der serie ohne mehr kosten anschauen oder ihr behaltet natürlich ExpressVPN einfach und nutzt die vielen vorteile von diesen programm denn mit ExpressVPN könnt ihr zb sicher torrents herunterladen geld bei zb flugtickets sparen viele ausländische Netflix bibliotheken freischalten ausländische tv sender anschauen deutsche tv sender aus dem ausland anschauen unter dem internet anonym surfen und ihr seid mehr vor hackern geschützt und wie gesagt würde ich euch auch nicht empfehlen ein kostenloses VPN zu benutzen denn kostenlose VPN anbieter haben nur wenige server zur verfügung mit nur begrenzt bandbreite und schlechter geschwindigkeit die meisten seriösen seiten blockieren kostenlose VPNs sofort und außerdem bieten sie keine gute sicherheit für euch und eure daten deshalb kann ich euch nur ExpressVPN als beste lösung ans herz legen und übrigens gibt es natürlich auch noch viele weitere filme serien oder anime die es halt im deutschen Netflix nicht zur verfügung gibt aber dafür in einer anderen Netflix bibliothek das könnt ihr ganz einfach auf unox.com überprüfen und das war es auch schon von diesem tutorial hier wie man Jujutsu Kaisen auf Netflix anschauen kann ich hoffe dieses video hat euch gefallen schaut doch gerne auf diesem kanal vorbei für mehr vpm videos oder klickt jetzt auf die vorgeschlagenen videos hier und wenn euch das video geholfen hat und ihr mehr davon sehen wollt dann abonniert gerne diesen kanal und lasst mir einen daumen nach oben da und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video ciao ciao